Der Rizzle greift mich an. Ich muss meine Ehre verteidigen. Warum fängt der immer an? Ich schaff ihn nicht. Yes! And kick that down! Hu 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 hu. Nice! Hallo? 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 Weiter geht's jetzt über 35 Tagebuch. Willkommen dazu. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hab gerade eben 5000 Gold für die Gilde gespendet. Da kommen sie wieder an. Weißt du? Da kommen sie wieder an. Schreiben alle Hallo Lars. Wunder, wunder, wunderbar. Hallo? Ja, Leute. Die Alu hab ich genau um 23.58 Uhr fertig bekommen. Hat auf jeden Fall gepasst. Und die Stadtwache kann ich eigentlich wieder abbrechen hier. Die brauch ich gar nicht. Ich kann weg. Auf jeden Fall. Wir wollen ja noch was machen. Auf jeden Fall. So, Leute. Ich nehme jetzt auf. Die Alu gerade eben durch. Ich war noch unterwegs und so weiter. Hab gar nicht mehr dran gedacht. Ich muss ja noch Alu spielen. Da wird ja sehr, sehr sperr gestartet. Es hat auf jeden Fall noch gepasst. Also ist alles noch im grünen Bereich. Wir stehen bei 32 Dungeon-Etagen. Ich habe jetzt ungelogen mehr wie 150 Alu und 10 Stunden Stadtwache gespendet. Von daher kann ich die 6.000 Gold, die ich mir jetzt aufgespart habe. Ich glaube, ich habe 200 Alu und mindestens 12 bis 13 Stunden Stadtwache gespendet. Und noch ein paar Dungeon-Dinger. Beim letzten Part habe ich noch reingeballert in die Gilde. Von daher sollte es hoffentlich passen. Stehe jetzt hier bei 27.000. Denkt bitte daran, ich wurde sehr oft gekickt. Wegen Gildenwechsel, wegen Rotation und so weiter. Und ich sollte eigentlich im Rahmen stehen, wenn nicht sogar drüber. Man sieht es hier in dem Level-Bereich haben die meisten sogar weniger gespendet. Von daher passt es hier nur 50.000. Was ist denn los hier? Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, noch nicht so lange drin. Wir werden wieder hochgeführt. Wer nicht spurt, der bekommt einen auf die Eier. So richtig der, wer mit Stock voll in den Anus danach voll auf die Eier damit schön klatscht. Aber ich sollte auf jeden Fall im passenden Bereich sein. So Leute, ich schaue mal kurz den Waffen- und Zauberladen. Es ist ja angekündigt und zwar ab dem 24. Morgen ist ja Heinrich Arm, dann gibt es Geschenke, dann ist die Bescherung. Denkt daran, zur Kirche zu gehen. 24. 1. und 2. Weihnachtstag, das heißt drei Tage, glaube ich, gibt es einen Fünffach-Event. Ich glaube, es ist sogar drei Tage von Shakes and Hidget. Fünffach-Event, alles, EP, Gold, Pilz, Pilzdealer und alles. Es sind einfach alle Events auf einmal, das ist natürlich wieder großartig. Und ich wollte eigentlich mit dem Pilz noch auskommen. Ich musste sogar noch ein bisschen Happy Hour spielen, weil ich sonst hätte ich mit der Anus nicht kommen. Ich habe vier Quests noch Happy Hour gespielt, sonst hätte es nicht gereicht. Aber ja, 89 Pilze noch bis morgen. Das wird natürlich sehr anstrengend, weil ich noch zwei Videos machen muss. Ja, müssen wir gucken auf jeden Fall, müssen wir gucken, Leute. So, dann würde ich mal sagen, wir schauen mal kurz im Waffenzauberladen auf irgendwas Brauchbares bekommen. 104. Ne, 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 die Epik-Dinger lässt der Lars an. Der Weihnachtsmann, der soll auch kommen. Ausdauerstärke hier mit 59 und 59. Ne, ich glaube, ich muss eh vorher noch aufladen. Von daher ist es egal. Ich bin so scheiße einfach nur. Meine Planung gleich null. Egal. 6.253 Gold haben wir auf der Tasche. Die Frage ist nun, wollen wir wirklich unsere Items verbessern oder skillen wir die ganze Scheiße? Ich habe heute noch gar nicht geskillt. Noch nichts. Nichts. Das ist die Frage. Ich glaube, ich skill einfach mal. Ich hätte gerne 17%. Was haben wir denn hier an 200? Ja. Ja, so 17%. Den Rest 327. Ein bisschen auf Ausdauern, ein bisschen Stärke, ein bisschen Ausdauern, ein bisschen Stärke, ein bisschen Ausdauern, ein bisschen Stärke, ein bisschen Ausdauer. Vielleicht hier auch nochmal hochgehen auf 20. Das können wir auch, glaube ich, machen. Die Nematrodus sind auch sehr, sehr wichtig. Das Problem an der Sache ist, ich habe nicht den Rüstungswert, den ich erreichen sollte. Ich habe nur 35% Rüstung. Ich weiß gar nicht warum, das ist voll abgefuckt, Leute. Wir haben uns letztens komplett neu equipped bei dem einen Part. Wisst ihr noch? Da haben wir uns komplett neu equipped, es war sogar gestern, komplett neue Items gegönnt. Und was ist los? Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Auf jeden Fall haben wir irgendwie nicht genug Rüstung. Ich habe keine Ahnung warum. Und das ist natürlich sehr, sehr kacke. So bellig. Ich kratze mich jetzt an, sehr schön. Hüpfst du hier für das A84,88? Läuft auf jeden Fall. 89 Pilze. Und wir gucken mal eben im Dungeon vorbei. Dort haben wir als nächstes die Schlitz... Nein, die Schlitzex nicht. Sondern den Pirat. Den Pirat, den wir gestern nicht geschafft haben. Mit etwas geskillt. Das hatte ich nichts getan. Etwas höher im Level. Ob er jetzt drin ist, ich hoffe es doch mal. Ich glaube, mehr ist nicht drin. Ich habe wieder viel zu viel, glaube ich, in die Gilde. Egal. Es kann nie zu wenig spenden in die Gilde. Den nächsten Raid haben wir übrigens auch geschafft. Wir stehen jetzt hier bei 106%. Das heißt, wir haben drei wunderbare Raids schon geschafft. Wunderbärchen. Das gibt 6% mehr Bonus für uns alle. Was natürlich unglaublich genial ist und großartig ist. Kommt. Wir müssen mindestens ein Gegner heute schaffen. Mann, Mann, Mann. Normalerweise nehme ich den Part auf, wenn ich immer die Stadtwache... Die 10. Stadtwache noch habe. Dann... Normalerweise besorge ich mir dann irgendwas und so weiter. Aber gerade eben passt es nicht, ne? Wir können natürlich gleich den Part pausieren und ich nehme morgen wieder auf. Aber es geht ja nicht. Es geht nicht, weil ich morgen den ganzen Tag nicht da bin. Am 24. Beziehungsweise nicht am 24. Entschuldigung. Am 23. Ich bin jetzt natürlich einen Tag zu weit. Am 23. Da bin ich natürlich unterwegs. Da hat noch jemand Geburtstag. Also bin ich da auf jeden Fall. Den ganzen Tag. Er ist abends wieder da. Deswegen muss ich den Part jetzt schon aufnehmen. Aber Leute. Oh Gott. Pirat. Pirat John. John. Du bist John. Und ich glaube daran, dass John jetzt fällt los. John, bitte. Du bist der John. Du verdienst den Kill. Beziehungsweise verdienst in die Frau. John. Wir hätten mehr skillen müssen. Wir hätten mehr skillen müssen. Wir hätten uns neue Items besorgen müssen. Oder irgendwie mehr Rüstung. Verdammte Scheiße. John. Oh komm John. John ist nicht drin. John. John ist nicht drin. Wieso ist John nicht drin? Pirat John. Ich hab dir nichts getan. Ich mag doch Piratenfilme. Aber du willst nicht fallen. Verdammt. Das ist jetzt richtig abgefuckt. Verdammte Scheiße. Das darf nicht so passieren. Wir müssen mindestens jeden Tag einen umlegen. Sonst bin ich... Jawohl. Dankeschön Spiel. Ich weine vor Freude. Dankeschön. Dankeschön Spiel. 1.092 bekommen wir noch. Wo sind die Epics? Ich weiß es doch immer noch nicht. Übrigens Stufe 61. So Pirat John. Das war der 33. Dungeon den wir geschafft haben. Mann sind wir geil. Da klopft ihr auf den Tisch und sagt nur eins. Nice. Wunderbar. Ja. Dann. Das Ungeheuer nicht. Der fiese Monster. Ist glaube ich doch das Ungeheuer jetzt dran. Der Ungeheuer ist 76. Ich glaube die Schlitzechse war 78. Genau. Ungeheuer. Guten Tag. Sage ich nur. Das Ungeheuer ist am Start. Und wir können es versuchen umzuklatschen. Da bin ich ja mal gespannt. Aber mit 1360 Geschick. Mehr Ausdauer. Mehr Glück. Mehr Hauptattribute. Sogar mehr Nebenattribute. Er fickt uns dermaßen. Wir sind einfach sowas von unterlegen. Ich gehe nochmal auf 40 Pilze. Aber der Kollege ist einfach gar nicht drin. Er ist sowas von gar nicht drin. Er. Was? Was war das denn für ein Try? Das war gerade. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ich gehe nochmal auf. Das war ja der ultimative Superlucky-Try. Wie Lucky? Was? Warum geht denn der so weit runter? Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Habe ich gerade einfach nur Lack? Habe ich gerade so viel Lack? Je nach 30 Pilze? Was? Der 76er ist doch noch drin. Das ist wieder locker 30 Pilze kosten. Wenn nicht sogar mehr. Und das wird bestimmt nichts. Oh Mann. Komm, geht auf. Auf. Jetzt, 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 jetzt. Ja, okay. Aber ich hätte gar nicht erwartet, dass er doch so knapp noch wird hier. Dass er fast noch runterfällt. Da bin ich ja fast hier auch vom Tisch gefallen. Das gibt es ja gar nicht. Oder vom Stuhl. Ich sitze ja nicht auf dem Tisch, oder doch? Sitze ja jetzt auf dem Tisch. Der Anruzsel greift mich an. Anruzsel. Das ist ja wohl lächerlich. Das, 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 das kann ich jetzt. Nein. Nimmt der gerade einfach auf. Nimmt der gerade auf. Und, 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 und. Nein. Ich muss meine Ehre verteidigen. Ich muss meine Ehre verteidigen. Wo fängt der immer an? Ich schaffe ihn nicht. Oh Gott. Er ist zu stark. Ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn nicht. Ich schaffe ihn nicht. Aber egal. Die 1000 Gold. Nochmal eben kurz. Keine Ahnung. Hier auf Ausdauer. Reingeklatscht. Die ganze Scheiße. Dann passt es schon. Und normalerweise sollten wir hier auf 22 gehen. Damit sich das auch lohnt. So. Sehr schön. Und den Rest nochmal in die Gilde rein. Dann passt es auf jeden Fall. Slash. Gold. Und das Sternchen. 47 Gold nochmal reinklatscht. Ja Leute. Das war ein ganz schön. Yes. Endkick, der down. Hu, 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 hu. Nice. Sehr genial. So. SA hüpft sogar. Sehr schön. Jetzt habe ich übrigens einmal gewonnen gegen ihn. So. Passt es Leute. Ja. Dann war es das von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Denn ihr seid wie immer ein Haufen. Supernester Boys. Daumen nach oben. Kostet nichts. Freut mich auf jeden Fall. Bei 100 Likes raste ich wieder völlig aus. Seid ein Haufen Supernester Boys. Habe ich schon gesagt. Egal. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und tschüss vom Zimmer. 35 Tagebuch. Und auf 25 Pits. Was ist denn los? Tschüss. Nice.